Willkommen zu einem neuen Video auf Nahe Comedy Pur in diesem Video mit Jumanns Magazin L-12 mit dem Blasterschwert und letztes Mal habe ich ja wirklich mit diesem Pulver aufgeregt, müsst ihr das letzte Video gucken mit Jumanns Magazin Nummer 10, da habe ich mich ja wirklich mit diesem blöden Pulver aufgeregt, der überall verschleutert, der ist jetzt weg der habe ich jetzt, das war nicht in den Müll verschenkt, der ist jetzt wenigstens weg ich bin dir wenigstens los, naja dann fangen wir jetzt an mit dem ersten oh, da ist es bereits ja, es fällt erstmal raus, ich will es hochheben so, ich muss mal kurz gucken, wie macht man das denn ah ich glaube, ich habe es reingesteckt ähm, es geht nicht oder was ja, da merkt man es geht einfach nicht ah, billigqualität anscheinend mal wieder scheiß, halt ja, ich hebe das ja nach ich hebe das nach dem Video auf jetzt schauen wir uns jetzt lieber noch das Heft an ja, Werbung weg damit erstmal nach hinten geschmissen na, mal gucken na, scheint nichts besser als die Sachen ne, da ist nichts mehr und jetzt mal eine coole Robo Krabbe mit Motor das wird bestimmt deutlich besser das hört sich nämlich richtig cool an naja, aber leider erst am 4, ab 4, ab 3, am 20. März wird er erst rauskommen weil er jetzt zwei nochmal drauf sind, das heißt wo kommt leider kein Video, wir geben noch das Video bei einem da rauf und da kommt die Robo Krabbe ja, und dann, wenn es euch das Video gefallen hat, wir werden es um bis zum nächsten Video, ciao ok, so ok, so Vielen Dank.